Was haben Sie? Wo haben Sie den schneiden lassen? Warum willst du das wissen? Meine Mama auch so einen Haarschnitt hatte. Bevor sie starb. Oh, das tut mir leid. Chatten und so. Verstehe ich gut. Das mache ich auch gerne. Ja, chatten finde ich gut. Echt? Das macht's. Das macht's. Bis zum nächsten Mal.